Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ETHEN Produkt Präsentation. Mein Name ist Roland Eberhardt und heute zeige ich euch die brandneue ETHEN Grafit High-End Subwoofer Serie. Hier kommt alles zusammen. 40 Jahre Lautsprecherentwicklung treffen auf hochwertige Materialien der Extra-Klasse. Eine neu entwickelte, besonders verwindungssteife Carbon-Fleece-Sandwich-Membran, ein extrem kräftiges und effizientes Antriebssystem mit Verritmagnet und einer ausgeklügelten Belüftung. Die neue Grafit-Serie verkörpert auch im Design unseren hohen Anspruch. So wurde das ETHEN-typische Core-Design nochmals weiterentwickelt und adaptiert. Die hochstabile, beschichtete Aluminium-Staubschutzkalotte wirkt durch ihre spezielle Ankopplung wärmeableitend und erhöht dadurch die thermische Belastbarkeit. Die neu konstruierten Anschluss-Terminals mit Verschraubung garantieren eine solide Verbindung. Ihr habt die Wahl zwischen vier verschiedenen Modellen, zwei 8-Zoll-Varianten und zwei 10-Zoll-Modelle, jeweils erhältlich mit einer Impendanz von 2x2 oder 2x4 Ohm. Die kleineren Grafit 8-Zoll-2 bzw. 8-Zoll-4 haben eine 50mm-Schwingspule und eine RMS-Belastbarkeit von 400 Watt. Die beiden größeren Grafit 10-Zoll-4 und 10-Zoll-2 besitzen eine 63mm-Schwingspule und haben eine RMS-Belastbarkeit von stolzen 600 Watt. Die neuen Grafit-Subwoofer überzeugen auch durch ihre kompakten Einbaumaße. Die 8-Zoll-Modelle haben lediglich eine Einbautiefe von 98,6mm, die 10-Zoll-Modelle eine Einbautiefe von 124,5mm. Sie eignen sich auch für den Betrieb in kleinen Gehäusen. Die benötigten Daten zur Gehäuseberechnung bzw. Bauvorschläge für Gehäuse findet ihr in der Bedienungsanleitung oder auf unserer Website. Auch für anspruchsvolle Ohren haben die neuen Grafit-Subwoofer einiges zu bieten. Ein neu entworfener Aluminium-Druckgusskorb sorgt für hervorragende Steifigkeit und zusätzliche Wärmeableitung. Erwähnenswert ist auch die ausgeklügelte Magnet-Antriebstechnologie. Hierbei wurde auf einen effizienten Einsatz der Werkstoffe geachtet. DNC-gedrehte Polplatten mit großer Kernbohrung und zusätzlichen Ventilationsöffnungen sorgen für die nötige Schwingtiefe und Kühlung. Die neuen Grafit-Subwoofer sind tiefgehend beeindruckend durch ihr extrem impulstreues, dynamisches und wuchtiges Klangbild. Trockene, konturierte Bassläufe mit einem unglaublichen Feuerwerk an Dynamik. Tief und präzise mit dem nötigen Spaßfaktor. Die Subwoofer-Serie für Klanggummiß. Herstellung und Entwicklung? Natürlich made in Germany. Aber am besten überzeugt ihr euch selber von unserer neuen High-End Subwoofer-Serie. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und am besten den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann risk На